In diesem Video soll es kurz gehen um die psychologischen Auswirkungen von Demokratie, mal wieder nach längerer Zeit. Es setzt ein bisschen an bei Diskussionen, die es anscheinend schon in der Antike gab, also welche Auswirkungen haben denn verschiedene Staatsformen auf die Menschen, die in diesen Staatsformen leben. Dazu gibt es offensichtlich bereits Diskussionen in der Antike und ich möchte behaupten, dass wir gar nicht groß genug von der Veränderung denken können, die Demokratie auf uns hat, also wie sie uns verändert und dass es eine drastische Veränderung ist und zwar eine drastische Veränderung zum Besseren und zwar für die sehr verschiedenen Menschen unserer Gesellschaft. Und ich möchte behaupten, dass es eine Gesellschaft ist, platt ausgedrückt, die aus lauter stolzen, positiv stolzen und selbstbewussten Menschen besteht und zwar aus einem stabilen, nicht fragilen Selbstbewusstsein heraus, anders als jetzt. Also in meiner Deutung ist es so, dass derzeit wir eine Gesellschaft aus lauter nicht selbstbewussten Menschen sind, auch die, die anders wirken, weil das in der Regel ein auch sehr aufgesetztes und sehr fragiles Selbstbewusstsein ist, das wir haben, wenn wir also in der Regel dominant auftreten und herrschend. Das merkt man vor allem dann, wenn diese Menschen zum Beispiel an Leistungsfähigkeit verlieren, einfach auch altersbedingt oder in eine persönliche Krise geraten oder wenn sie also in diese Dynamik hineingeraten, die so lauten könnte, also platt, wer gut schaufeln kann, wer gut graben kann, wird mit größeren Schaufeln beschenkt. Also das ist ja eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die also sehr energiereich sind, die sehr, ja, kraftvoll durchs Leben gehen, dass ihnen immer mehr aufgebürdet wird und ihnen immer noch mehr Aufgaben bei ihnen landen nach der Devise, also auch wieder mit einem recht platten Bild, da ist so eine Strombuchse in der Wand und da schließen wir einfach mal alles an. Und diese Strombuchse ist aber ein Mensch und auch wenn dieser Mensch sehr viel Energie hat, ist diese Energie endlich, weswegen dann meistens gerade die Menschen, also sehr leistungsfähig sind, dann in einer Art Dauererschöpfungszustand landen. Und dazu kommt auch noch eine Dynamik, die selten, also ich finde, die sollte wirklich jeder kennen, also eine der ganz wenigen Sachen, die wirklich jeder Mensch kennen sollte, die einem in der Schule in der ersten Klasse beigebracht werden sollte, weil sie so fundamental ist für menschliches Zusammenleben, das ist diametrales Ausleben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, ich habe es in einer total abseitigen Quelle gefunden, also einem gar nicht mal so seriösen Buch, aber es ist eine derart zentrale Einsicht, diametrales Ausleben, bedeutet, in dem Moment, wenn in einem sozialen Raum zum Beispiel ein Mensch extrem dominant und verantwortungsvoll auftritt, hat das keineswegs eine Vorbildwirkung, also dass der dann alle anderen mitziehen würde, sondern genau das Gegenteil. Also nach der Devise, kennt man ja auch in diesem blöden Spruch, Team, toll, ein anderer macht's. Also wir haben in kleinen sozialen Systemen die Dynamik, dass wenn ein Mensch eine bestimmte Rolle übernimmt, alle anderen sich zurücklehnen und das nicht mehr machen. Also zum Beispiel, wenn du einen Sauberkeitsfanatiker hast, dann sind alle anderen weniger säuberlich, als sie sonst wären, wenn dieser Sauberkeitsfanatiker nicht drin ist. Oder manchmal in Fußballmannschaften sieht man das. Es gibt einen Überspieler, ja, und weil man sich auf den verlässt, alles läuft auf diesen Spieler hinaus, wenn der mal wegbricht, weil er sich, was weiß ich, den Knöchel geprellt oder hat oder umgeknickt wurde oder blöd umgegrätscht wurde und jetzt übernehmen andere Spieler sehr viel mehr Verantwortung. Diese Dynamik ist ganz zentral fürs menschliche Zusammenleben und das hat so die Folge, dass wir uns also künstlich, wenn wir es also nicht dem entgegenwirken, demokratisch dem entgegenwirken, in einer Gesellschaft befinden, in der sozusagen wir uns in Leistungsträger und Nichtleistungsträger unterscheiden, obwohl das nicht so sein müsste. Und das ist zum Nachteil beider Seiten. Also die einen machen weniger, als sie machen könnten, weil es andere gibt, die es schon machen und die, die es sozusagen erst machen, werden überlastet, weil sie jetzt Dinge machen sollen, die sie also auch, egal wie sie aufgestellt sind, nicht mehr leisten können. Und das ist sozusagen so eine Grundlogik, die sollte man verstehen, wenn man jetzt auch über das Folgende spricht. Das hat jetzt nochmal einen anderen Dreh. Das ist eigentlich jetzt nur die Vorrede. Ich denke, dass wir gar nicht groß genug davon denken können, welche Wirkung es hat, wenn eine menschliche Gesellschaft zu jedem ihrer Mitglieder von Anfang an sagt, egal wer du bist, egal wie du bist, egal auch zum Beispiel wie herrschsüchtig, sag ich jetzt mal, oder dominant oder kraftvoll oder was auch immer du bist oder eben nicht, du bestimmst die Regeln unserer Gesellschaft mit und zwar gleichberechtigt mit. Eine Gesellschaft, die mit dieser Botschaft sozusagen stimmig und von Anfang an an jedes einzelne Individuum dieser Gesellschaft herantritt, verändert die ganze Gesellschaft in einer krassen Form, weil das ist eben das genaue Gegenteil von einer Gesellschaft, die unterscheidet in letztlich Regierende und Regiertwerdende, in Herrschende und Beherrschtwerdende, Dominierende und Dominiertwerdende. Das ist eine Gesellschaft, die sagt, auf der Regelebene, auf der Regierungsebene, auf der Ebene, wo es darum geht, die Grundregeln unseres Zusammenlebens zu bestimmen, hast du Einfluss, weil wir schenken dir diesen Einfluss. Du musst um diesen Einfluss auch nicht kämpfen mit anderen, er wird dir geschenkt. Andererseits wird es aber auch von dir erwartet, dass du dort auf dieser politischen Ebene deinen Beitrag bringst, genauso wie alle anderen menschlichen Mitglieder dieser Gesellschaft auch. Und das resultiert in einer Gesellschaft, in der zumindest auf einer Ebene, der politischen Ebene, der Einfluss unverlierbar ist. Und diese Unverlierbarkeit, also diese Bedingungslosigkeit von Einfluss hat den Effekt, dass ein gesundes und stabiles und allgemeines, das ist das entscheidende, allgemeines Selbstbewusstsein entsteht bei uns Menschen. Das heißt, egal wie die Wechselfälle des Lebens in unserem Privatleben sind, egal ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir jung sind oder alt sind, egal was uns zustößt oder was wir selber anstellen, vielleicht auch grob fahrlässigerweise, was wir mit uns selber machen und wo wir dann das aus gutem Grund erleiden, die Folgen unseres eigenen Verhaltens, also kurz gesagt die Konsequenzen unseres eigenen Verhaltens ausbaden dürfen. Egal wie das ist in unserem Leben, egal wie vorsichtig oder grob fahrlässig wir unterwegs sind, auf der politischen Ebene ist unser Einfluss unverlierbar. Und das bedeutet, dass wir uns sozusagen eine Stabilität schenken, aber eben auch sozusagen die Position des Bestimmens gegenseitig schenken und zwar ein allgemeines Geschenk, das wir uns alle gegenseitig machen, das ist Demokratie und das resultiert in einer Gesellschaft, die also sozusagen ein allgemeines Upleveling erlebt, also ein allgemeines, nicht von bestimmten Menschen erlebt, sozusagen wo alle gemeinsam eine Ebene höher kommen, miteinander, weil wir sozusagen im Bürgerstand, im Stand des Bürgers, im Stand des politischen Wesens, sind wir alle Bestimmende. Egal ob wir das jetzt gerade im Privatleben gerade sind oder überhaupt sein wollen oder eben nicht. Und das bedeutet, dass das eine Gesellschaft ist, in der eine ganz bestimmte Form von Selbstbewusstsein unverlierbar ist, was wiederum eine positive Rückkopplungsschleife aufs Private hat, nämlich es entspannt uns. Das heißt, es kann weiterhin sein, dass wir privat unglaublich dominant sind oder bestümmerisch sind oder vielleicht auch einfach leistungsstark ist oder wir wollen irgendwas wuppen, wir wollen irgendeine Idee voranbringen oder eine bestimmte Technik oder was erfinden oder ein Unternehmen gründen oder was auch immer wir tun wollen oder eine riesige Familie gründen oder was auch immer wir mit unserer Zeit anfangen wollen. Oder der Beste in irgendeinem abseitigen Hobby werden, was weiß ich. Bei mir wäre es Online-Schach. Irgendwas total Abseitiges, was den meisten Menschen nicht wahnsinnig interessiert. Und wir wollen damit unglaublich gut werden. Ja, können wir alles machen. Es hat aber sozusagen, es gibt eine Ebene, wo wir sozusagen bestimmend bleiben, egal was wir privat tun oder was wir auch privat tun können, weil wir sind alle auf verschiedene Weise limitiert. Diese Limitationen interessieren im Politischen nicht in einer Demokratie. Das bedeutet, Demokratie ist eine Gesellschaft, in der die Menschen sich selber wechselseitig Selbstbewusstsein schenken, von Anfang an. Und wo es auch zum Beispiel was anderes bedeutet, erwachsen zu werden als derzeit. Also kurz gesagt, die Perspektive, die wir derzeit haben, die mit denen wir an Kinder herantreten, sehr verkürzt, sehr vereinfacht dargestellt ist, werde sehr diszipliniert, streng dich an, dann bringst du es zu was im Leben und all das. Und das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Sehr viele Dinge sind ohne eine gewisse Selbstdisziplin einfach unerreichbar. Das ist im Sport so, das ist im Berufsleben so, das ist in allen möglichen Bereichen des Lebens so, wahrscheinlich sogar in privaten, also in Teambeziehungen so. Also mit dieser Botschaft gehen wir ran und das ist irgendwie ganz, ganz toll. Dann werden die meisten Menschen erwachsen und folgen diesem Prinzip, soweit sie können und landen dann oft in so Formen, wo man sagen könnte, don't grow up, it's a trap, ja, werd nicht erwachsen, es ist eine Falle. Und das ist anders in einer Demokratie. In einer Demokratie ist es so, dass wir politisch erwachsen werden. Da bedeutet, erwachsen werden folgendes, du hast eine bestimmte Altersgrenze überschritten und jetzt erwarten wir von dir, dass du ein politisches Wesen bist. Wir erwarten, dass du beiträgst zur Regelsetzung dieser Gesellschaft, zum gemeinsamen Beraten über gemeinsame Entscheidungen, die uns alle betreffen. Und du bist mit dabei, weil du jetzt diese und jene Altersstufe erreicht hast, die wir halt willkürlich untereinander festlegen, ab der man ein politisches Wesen ist, ab der man im Lostopf ist. Und das bedeutet, es gibt eine Perspektive des Erwachsenwerdens. Wir können zu Kindern sagen, hör mal zu, wenn du Alter XYZ erreicht hast, sei es 12, sei es 14, sei es 16, sei es ganz konservativ 18, ja, wenn du dieses und jenes Alter erreicht hast, dann wirst du über diese Gesellschaft mitbestimmen und das weißt du von Anfang an. Und das bedeutet, privat werden wir wahrscheinlich sehr viel spielerischer, sehr viel kindlicher bleiben können, als wir es derzeit bleiben können, da wir das Erwachsenwerden im Privaten zu realisieren versuchen, statt im Politischen, weil es im Politischen derzeit in unserer Gesellschaft gar kein Erwachsenwerden gibt. Politisch bleiben wir alle im Kindzustand, ja, politisch derzeit. Und das ist anders in einer Demokratie. In der Demokratie werden wir kollektiv gemeinsam politisch erwachsen, weil von uns allen erwartet wird, dass wir uns Gedanken machen über die Regeln unserer Gesellschaft. Und zwar nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch. Wir setzen uns mit anderen zusammen und beraten, wie sollen denn die Regeln im Bereich, keine Ahnung, jetzt gerade aktuelle Bürgerrat gewesen, Ernährung oder Außenpolitik oder Agrarpolitik oder Bildungspolitik, wie sollen denn die Regeln sein, ja, du bestimmst mit und das ist von Anfang an klar für alle, dass man immer wieder mitbestimmend ist, dass man immer wieder mitregiert, dass man immer wieder Politik macht und das ist eine Perspektive, auf die hin sozusagen man hineinwächst, ja, man wird vor allem ein politisches Wesen und privat kann man all diese Filme fahren, die wir derzeit auch fahren, aber man muss es nicht, ja. Und das bedeutet eine psychologisch gesehen eine gewaltige Entspannung, vor allem für den Raum des Privaten. Unsere privaten Räume werden sozusagen von sehr vielem entfrachtet und entlastet, psychologisch, in einer Demokratie. Und das so kriegen wir sozusagen sowohl leistungsstärkere, stolzere, selbstbewusstere, aber auch entspanntere Menschen zugleich paradoxerweise. Es ist nicht diese verbissene Form von Leistungsstärke, die sich realisiert in einer Demokratie, sondern ein entspanntes spielerisches Dasein durch die Trennung der Ebenen, durch die Trennung der Sphären zwischen dem Privaten und dem Politischen. Also es ist eine gegenseitige Entfrachtung, Entlastung beider Sphären und die wirkt sich nach meiner Einschätzung psychologisch extrem heilsam, psychologisch extrem gut auf uns Menschen aus. Also sozusagen es sind Menschen, die, wenn sie ein bestimmtes Alter überschreiten, eben regieren. Und zwar alle regelmäßig, mal zu diesem Thema, mal zu jenem Thema, mal in dieser Frage, mal in jener Frage, auch kontrollierende Ämter wahrnehmen. Alle, immer wieder mal, über eben, was eben kontrolliert werden muss, von uns selbst. Und im Privaten können wir je nach Gusto, je nachdem, wie wir auch persönlich aufgestellt sind, je nach privater Neigung, sehr viel mehr das leben, was uns nahe steht, ohne dass es eine Rückkopplung aufs Politische hat. Ohne dass es eben so ist, dass weil wir bestimmte Dinge im Privaten tun oder lassen, haben wir dann politischen Einfluss oder weniger oder gar keinen. Sozusagen der politische Einfluss ist stabil, der ist gesetzt, der ist unverlierbar in einer Demokratie. Und genau deswegen können wir privat sehr viel mehr ausprobieren, ohne dass es uns im Großen auf die Füße fällt. Weil es immer einen Bereich geben wird, in einer Demokratie, wo wir sozusagen Bestimmende bleiben, wo wir Einfluss haben, wo wir gefragt sind, wo wir gebraucht werden. Und diesen Einfluss, dieses Gebrauchtwerden können wir nicht verlieren, egal was wir im Privaten tun. Das hat eine positive Rückkopplungsschleife auf Privates entspannt uns. Und zwar die Gesellschaft als Ganze. Und das hat eben auch für unsere sogenannten Leistungsträger oder, sagen wir kurz gesagt, für die Menschen sehr viel Energie, die Rossnaturen unter uns oder vielleicht auch die Streitbareren unter uns, die weniger Probleme haben, in Konflikte auszutragen. Das gibt es ja, da gibt es einfach Unterschiede. Auch diese Menschen werden nicht überfrachtet und überlastet durch eine Demokratie, sondern sie werden durch die Allgemeinheit entlastet. Sie müssen nicht mehr wuppen, als auch sie wuppen können. Und das ist etwas, ein Gespräch, das man sehr gut führen kann, zum Beispiel mit Leuten, die schon jetzt lange Jahre in einer Führungsposition sind oder in einer Managementrolle oder in einer anderen Verantwortungsrolle, weil diese Menschen in der Regel schon erlebt haben, wie sich das so sowohl in der Dynamik mit anderen als auch auf sie selber auswirkt. Und in der Regel leben diese Menschen ein Leben, in dem sie auf eine gewisse Weise, ganz bestimmte Weise gefangen sind, in der es ihnen, wenn sie ehrlich sind, oder wenn man mal privat, ohne dass andere zuhören, redet miteinander, in der sie realisieren, dass es ihnen schlecht geht. Nur kommen sie da nicht mehr raus. Ja, es ist also, kurz gesagt, derzeit ist unsere Gesellschaft so organisiert, dass Verantwortung wirklich eine Falle ist. Und die, die da reintappen, und sei es, weil sie tolle Ideen haben oder eben, weil sie einfach sehr viel Energie haben, tappen da rein und dann gibt es kein Entkommen mehr. Also man kann nicht mehr zurück, auch wenn man sozusagen, dann muss man oft spielen, man ist leistungsstark, obwohl man es eigentlich nicht mehr ist. Ja, weil es dann erwartet wird, weil es eine soziale Rolle ist. Und es gibt kein Entkommen von dieser Rolle. Und es gibt keine Entlastung, weil ja die meisten sich zurücklehnen. Man ist ja da und es hat sich so eingespielt. Und das ist in einer Demokratie ziemlich sicher sehr anders, weil eben alle sich an Verantwortung gewöhnen, weil sich alle daran gewöhnen, sich über das Allgemeine, nicht nur über das Persönliche oder Subjektive Gedanken zu machen, weil wir sozusagen alle in eine Rolle kommen, regelmäßig, wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Und zwar nicht nur einige wenige von uns. Nicht nur die, die dazu von Natur aus neigen, sage ich vielleicht mal. Oder vielleicht von qua Familie oder wie sie großgezogen wurden, davon neigen, sondern alle. Und das hat eine Entlastungsfunktion. Und psychologisch wirkt sich das wahrscheinlich sehr, sehr heilsam auf alle aus. Nicht nur auf die eine Hälfte der Gesellschaft, sondern genauso auf die andere Hälfte der Gesellschaft, wenn man es überhaupt so überspitzen will, wie ich es in diesem Video hier gemacht habe. Also kurz gesagt, die Menschheit teilt sich dann nicht mehr eben in Regierende und Regierte, in Dominierende und Dominiertwerdende, sondern sozusagen, es sind alle immer wieder selbst in einer regierenden, dominierenden, bestimmenden Rolle. Es sind alle immer wieder in Verantwortung. Und dass diese Durchmischung, also diese Verantwortungsfluktuation zwischen uns, in der Demokratie besteht, ist psychologisch extrem heilsam für alle. Anders, als es jetzt gerade ist, da wir uns eben so derart aufspalten, was allen Beteiligten, sowohl denen auf der einen Seite als auch denen auf der anderen Seite extrem schlecht bekommt, psychologisch gesehen. Wir werden also in einer Demokratie, in einer Gesellschaft, in der alle regelmäßig politische Verantwortung tragen, psychologisch extrem viel gesünder sein, als wir es derzeit sind. Das ist meine Prognose über die psychischen, psychologischen Auswirkungen, die Demokratie auf uns selber hat. Ceterum Censio, Isonomiam, Esesortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politi gelost werden muss. Die Artist haben uns immer mehr verletzend. Das ist eine Verwenden.